Ich habe immer gesagt, ich will nicht alt werden. Ich will nicht gepflegt werden. Ich will selbstständig bleiben. Er fing immer wieder damit an, dass er mir nicht zu Last fallen will. Ich habe ihm dann immer wieder versichert, dass ich das gern tue. Mein Vater hat immer gesagt, Ordnung ist das halbe Leben und diese Ordnung geriet aus dem Leichgewicht. Jedes Tier wäre schon längst eingeschläfert worden. Ortalasie, griechisch Todesbehandlung. Der Tod bedeutet die Befreiung vom Leib, welcher mit seinen weltlichen Bedürfnissen eine Last für den Denker ist. Und jetzt hat er Hunger und Hunger. Religionsstaat und öffentliche Meinungen sind für die Stagnation im Umgang mit dem Tod verantwortlich. Großartig! Es gibt ja jetzt schon zu wenig Pflegeplätze. Der damalige Gesundheitsminister, nennen wir ihn mal Jens S., hat per Dekret verboten, die entsprechenden Medikamente zum Zweck der Selbsttötung herauszugeben. Das gilt übrigens noch bis heute. Ich glaube einfach, dass ich den Appetit am Leben verloren habe. das gilt bei der Selbstbejhrendung. In der家 Listen... Ich glaube einfach, dass ich die Abbrechen er bin. Ich denke, dass ich den Appetit am Leben dieserinees seht nicht. Ich denke, dass wir die dringenden Gerito-Internalition haben. Ich denke, dass wir keine schle sponger liegt. Ich denke, ich denke, dass wir Menschen sehen,에게 правда sind nicht nur anw Boden sind. Ich denke, dass wir heißen, dass wir nicht receptive, dass wir sch decline, Não achten, zu sich wissen müssen. Vielen Dank.